Hallo, hallo zusammen. Ich zeige euch, wie Sie mit HTML einfach Ihre Tabelle definieren können und auch in CSS einfach formatieren können. Also, ich zeige euch, wie Sie die Tabellerahmen so formatieren können und die Tabelle Höhe einfach so formatieren können. Also, hier haben wir schon die Tabelle in HTML einfach so definiert. Die Tabelle fängt hier. Das ist immer die Tabelle, mit der wir arbeiten. Also, es fängt einfach da und endet einfach, wie ich gesagt habe. Und jetzt, in CSS zeige ich euch, wie Sie Ihre Tabelle einfach, die Tabellerahmen zum Beispiel definieren können. Hier haben wir gesagt, wir wollen die Tabelle, unsere Tabelle Überschrift und diese TH nochmal einfach formatieren. Zum Beispiel, wir wollen, dass der Rahmen einfach so einpixeltig sein sollte und nicht in schwarzer Farbe. Und das haben wir auch. Und wir wollen nicht mehr diese doppelte Rahmen haben, sondern nur einen Rahmen. Also, normalerweise hätten wir nochmal einen Rahmen hier drin haben sollen, aber das brauchen wir nicht. Und wir haben nochmal definiert, unsere Tabelle Überschrift sollte zum Beispiel, und unsere Tabelledaten sollte zum Beispiel als Höhe 15 Pixel sein. Also, das hier ist die Höhe und das hier ist die Breite. Also, wir haben gesagt, wir wollen 15 Pixel hier als die Höhe haben und das haben wir einfach hier mit CSS definiert. Und deswegen ist jetzt die Höhe 15 Pixel jetzt groß. Also, Sie sehen schon, normalerweise hätte das vielleicht 5 Pixel sein. Wenn wir nicht definiert nochmal haben, dann wäre das vielleicht nur 5 Pixel sein. Aber wir haben gesagt, wir wollen 15 haben und so können Sie einfach die Daten richtig definieren im CSS, wie Sie haben wollen. Ich freue mich, das nächste Video mit euch zu teilen.